Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Entweder besiegst du den Schmerz oder der Schmerz besiegt dich. Egal was es ist, mach es jetzt. Die Zukunft verspricht niemandem was. Manche Sachen wirst du im Leben nicht bekommen. Du musst es dir holen. Viele Leute werden dir sagen, dass du zu viel machst. Das ist zu viel für die, aber nicht für dich. Es gibt im Leben keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen. Angst macht dich mächtiger und stärker. Harte Arbeit wird mit Erfolg belohnt. Hab nicht Angst zu scheitern. Hab Angst nicht zu handeln. Warte nicht auf den perfekten Moment. Nimm den Moment und mach ihn perfekt. Die einzige Person, die an dich glauben muss, bist du. Die einzige Person, die an deinen Traum arbeiten kann, bist du. Die einzige Person, die deinen Traum leben kann, bist du. Lebe nicht deine Ängste. Lebe deine Träume. Du kannst im Leben nur herausfinden, wie weit du gehen kannst, wenn du über deine Grenzen gehst. Stark sein bedeutet, Mut zu fassen und den ersten Schritt zu machen. Das Scheitern kann dich zerstören oder dich stärker und besser machen. Es liegt in deiner Hand. Träume können nur wahr werden, wenn du den Mut hast, ihnen hinterher zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017